Kaspersky Pure Total Security – Komplette Anleitung zum Schutzprogramm von Kaspersky Lab Kaspersky Lab ist einer der führenden Hersteller von Sicherheitssoftware. Für Windows hat Kaspersky Lab drei Sicherheitsprogramme mit unterschiedlichem Funktionsumfang für Heimanwender im Sortiment. Während Kaspersky Antivirus 2011 primär gegen Viren vorgeht, bietet Kaspersky Internet Security 2011 auch umfangreicheren Schutz gegen Hacker und Spam sowie eine Kindersicherung. Kaspersky Pure Total Security schützt Ihre Daten zusätzlich durch Verschlüsselung und eine Backup-Funktion. Hier sehen Sie einen Produktvergleich der Kaspersky-Produkte zum Schutz Ihres PCs. Die folgenden Aufnahmen zeigen Kaspersky Pure Total Security, doch die nächsten fünf Schritte können Sie auch mit Kaspersky Antivirus 2011 nachvollziehen, sowie weitere fünf Schritte mit Kaspersky Internet Security 2011. Proaktiver Echtzeitschutz vor Viren und anderer Malware Beim Surfen im Internet, vor allem wenn Sie unbedacht Dateien herunterladen, könnten Sie schnell in die Fänge eines Virus geraten. Wie Sie sehen, beugt Kaspersky Pure Total Security dem vor, in dem schädliche Dateien geblockt werden. Die Warnmeldung in der rechten unteren Ecke des Bildschirms färbt sich grün, sobald die Gefahr gebannt ist. Schon können Sie wieder Ihrer Arbeit nachgehen. Malware, welche sich bereits auf Ihrem Rechner befindet, wird erkannt, sobald Sie diese ausführen und in der Folge gelöscht. In den Einstellungen Ihres Kaspersky-Schutzprogramms können Sie im Register Schutz bestimmen, wie mit Viren verfahren werden soll. In den allgemeinen Einstellungen können Sie den Schutz aktivieren und die automatische Auswahl einschalten. Sie können auch vier verschiedene Bereiche gesondert aktivieren, eine Sicherheitsstufe festlegen und die auszuführende Aktion bestimmen. Automatische, zeitgesteuerte Scans und Updates Kaspersky Pure Total Security reagiert automatisch, sobald Sie einen Datenträger anschließen. So können Sie Virenbefall von fremden USB-Sticks oder beispielsweise CD-ROMs vermeiden. Funde werden, sofern möglich, sofort gelöscht. In den Einstellungen im Register Virensuche finden Sie allgemeine Untersuchungseinstellungen. Mit diesen können Sie das Verhalten beim Anschließen eines Wechseldatenträgers modifizieren. Zudem lässt sich die maximale Größe, bis zu der ein Scan durchgeführt wird, bestimmen, um nicht versehentlich die vollständige Untersuchung einer Tera-Byte-Festplatte einzuleiten. Um einen manuellen Scan durchzuführen, wählen Sie auf dem Startbildschirm Ihrer Kaspersky-Software den Menüpunkt Computersicherheit und wechseln in das Register Virensucher. Sie können eine vollständige Untersuchung einleiten oder eine schnelle Untersuchung, welche nur infizierbare Dateien unter die Lupe nimmt. Zudem können Sie die Untersuchung von Objekten starten, bei der nur die von Ihnen ausgewählten Verzeichnisse überprüft werden. In den allgemeinen Einstellungen zur Virensuche können Sie Verknüpfungen erstellen, um die drei Prüfmethoden schneller starten zu können. In den Einstellungen zur vollständigen Untersuchung lässt sich die Sicherheitsstufe bestimmen, die Aktion beim Fund einer Bedrohung auswählen und einen Startmodus einstellen. Aktivieren Sie nach Zeitplan, um Ihren Rechner regelmäßig zu überprüfen, sodass Sie nicht mehr manuell eingreifen müssen. Eine Überprüfung sollte wöchentlich, zumindest aber einmal pro Monat stattfinden. Wählen Sie eine Startzeit, zu der der Rechner in der Regel eingeschaltet ist, aber nicht verwendet wird. Sie sollten auch nach dem Programmstart einen Puffer einplanen, ansonsten könnte sich die Überprüfung mit Aufgaben beim Hochfahren des PCs überschneiden. Ist der Rechner zum angegebenen Zeitpunkt ausgeschaltet, so kann die Kaspersky-Software auch zur nächsten Gelegenheit übersprungene Aufgaben starten. Untersuchungen lassen sich auch verzögern, wenn der Rechner gerade in Verwendung ist, damit keine zusätzliche Belastung entsteht. Identische Möglichkeiten haben Sie auch bei den Einstellungen zur schnellen Untersuchung und Untersuchung von Objekten. Im Register Update der Computersicherheit können Sie Ihren Datenbankstatus überprüfen und die Datenbank gegebenenfalls updaten. In den dazugehörigen Update-Einstellungen lässt sich wiederum der Startmodus bestimmen. Quarantäne-Dateien werden nach jedem Update untersucht, es könnte ja sein, dass Ihr Kaspersky-Schutzprogramm dann genauer weiß, was damit zu tun ist. Schwachstellenanalyse des Betriebssystems und von Anwendungen Die Schwachstellenanalyse finden Sie im Bereich Computersicherheit im Register Virensuche als letzten Eintrag. Öffnen Sie das Fenster zur Schwachstellenanalyse und starten Sie in diesem die SU-Funktion. Wahrscheinlich erscheinen schon nach kurzer Zeit einige Systemschwachstellen. Auch auf schwachstellenden Anwendungen müssen Sie für gewöhnlich nicht lange warten. Bei Systemschwachstellen haben Sie die Wahl zwischen Korrigieren und Details. Korrigieren behebt das angegebene Problem selbstständig, Details führt Sie zu einer von Kaspersky Lab geführten Informationswebseite. Die Beschreibungen der Systemschwachstellen sollen Ihnen dabei helfen, zu entscheiden, ob das Problem behoben werden soll oder nicht. Programmschwachstellen können Sie manuell korrigieren. Klicken Sie auf Details, um zu erfahren, ob es für die Sicherheitslücke einen Patch gibt. Der Abschnitt Lösung erklärt Ihnen, wie Sie das Problem beheben können. In diesem Fall ist Ihre Version des Programms veraltet. Es wird Ihnen daher nahegelegt, ein Update durchzuführen. Schutz vor Identitätsdiebstahl durch virtuelle Tastatur und Anti-Phishing-Komponente Keylogger sind bösartige Tools, welche sich ungefragt auf Ihrem Rechner einnisten und jede Taste, die Sie drücken, mitprotokollieren. Auf diese Weise können Internetverbrechern Ihre Kennwörter gelangen und etwa Ihr Bankkonto leerräumen. Einen guten Schutz bietet die virtuelle Tastatur von Kaspersky Lab, welche Sie im Internet Explorer sowie im Firefox als Plugin vorfinden. Sobald Sie auf die Schaltfläche klicken, wird die Tastatur eingeblendet. Anschließend können Sie mit der Maus Eingaben tätigen. Über die Taste rechts oben lässt sich die virtuelle Tastatur noch erweitern. Die virtuelle Tastatur können Sie auch über das Hauptfenster Ihres Kaspersky-Schutzprogramms öffnen oder in den Einstellungen die Tastenkombination STRG plus ALT plus SHIFT plus P aktivieren. Zum Schutz vor Phishing-Links wurde Ihrem Internet Explorer oder Firefox-Browser eine weitere Funktion hinzugefügt. Das Modul zur Link-Untersuchung ist im Hintergrund aktiv und warnt Sie vor Verlinkungen auf dubiose Seiten, welchen Sie Ihre Daten niemals anvertrauen sollten. Notfall-CD für Systemwiederherstellung nach Malware-Attacke Wenn Ihr Rechner so sehr von Malware zerfressen wurde, dass er sich nicht einmal mehr hochfahren lässt, benötigen Sie eine Notfall-CD. Diese sollten Sie logischerweise vor einem Befall erstellen, klicken Sie dazu auf zusätzliche Funktionen und öffnen Sie den Assistenten zur Notfall-CD. Folgen Sie dem Assistenten durch das Programm und entscheiden Sie sich dafür, ein aktuelles Image herunterzuladen. Dies kann natürlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Damit die Virendatenbank auf der Notfall-CD top aktuell ist, folgt noch ein Update. Die erstellte Datei müssen Sie nun nur noch mit einem Brennprogramm Ihrer Wahl auf eine leere CD brennen, schon sind Sie im Besitz einer Notfall-CD für den Fall, dass es mal hart auf hart kommt. Legen Sie diese beim Start des virenbefallenen Rechners ein und booten Sie von dieser. Sichere Umgebung zum Start verdächtiger Anwendungen und Webseiten Wenn Sie eine ausführbare Datei herunterladen oder per Mail erhalten, können Sie nie sicher sein, ob Sie infiziert ist oder nicht. Zwar arbeitet der Kaspersky-Echtzeitschutz sehr verlässlich, doch wozu ein Risiko eingehen? Starten Sie solche Programme in der sicheren Umgebung, welche Sie in der Computersicherheit im Register Programmkontrolle finden. Ihr Standardbrowser ist bereits präsent, weitere Programme können Sie über die untere Liste hinzufügen, indem Sie hinzufügen und Durchsuchen anwählen. Sobald sich ein Programm in der sicheren Umgebung befindet, können Sie es dort mit einem Doppelklick starten. Am leuchtend grünen Rahmen erkennen Sie derart abgesicherte Programme. Einen sicheren Speicherort finden Sie im Verzeichnis Computer mit dem Namen Gemeinsamer Ordner für sichere Umgebung. Im Gemeinsamen Ordner können auch mal ausführbare Dateien liegen, etwa wenn diese aus einem selbst entpackenden Archiv stammen. Diese sind durch Ihren Speicherort nicht automatisch geschützt. Zur Sicherheit sollten diese dann auch nur über die sichere Umgebung gestartet werden, was wieder über das Kontextmenü geschieht. Webfilter gegen schädliche oder anstößige Webseiten Verlässlichen Schutz gegen ungewollte Inhalte im Internet finden Sie in der Kindersicherung. Aktivieren Sie die Kindersicherung, sofern diese noch nicht aktiv ist, und wählen Sie einen Benutzer aus. Im erscheinenden Fenster wählen Sie im Register Besuch von Webseiten und aktivieren die Kontrolle. Nun können Sie alle Webseiten bis auf manuell eingegebene Sperren, aber auch einzelne Webseiten verbieten. In beiden Fällen müssen Sie die URL angeben. Im Abschnitt nicht empfohlen können Sie auch ganze Themengebiete aus Ihren Surf-Sitzungen verbannen, wenn Sie diese nicht einmal zufällig aufsuchen möchten. Der Zugriff auf Seiten, die einem gewählten Themengebiet entsprechen, wird nun von der Kindersicherung verweigert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und der Kindersicherung verweigert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nun können Sie auch die Forschung verweigertes vezeneigen, untertitelung des ZDF für funk, 2017 und wenn Sie diese honestly nicht mehr werden müssen können, Vielen Dank.